Die Arme hinten, die Bank, haben sie jetzt sogar Brett rum. Jetzt sitzen wir hier bei Mercedes. Das ist natürlich super. Man kann einfach bloß das Dachl hoch tun und dann hat man einen schönen Ausblick hier. Jetzt tun wir herzimmern. Erstmal sieht man hier ein paar schöne Baume hier unten. Das Inntal, bis runter was weiß ich, den Müllaufkleiberg. Wahrscheinlich sage ich, da schneit sie. Und da muss ja dann auch schon bald Wasserbrück dahin sein. Das ist der Haag im Innkreis.